Hallo. Hallöchen. Wir sind wieder in Minecraft-Party. Genau. Auf Zitoxian.de mit Silber 5000. Und eine 4. Und eine 2. Was geht da wieder super los für dich? Na zum Weiden sind wir hier aber nicht hingekommen. Echt nicht? Nein. Oh. Yay. Mal gucken. Und es geht wieder mit dieser Map-Low. Nein. Es geht sofort wieder los mit der Web, die ich so schön verkackt habe. Nee. Ich schreibe schon cool. Nein. 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 Das ist doch freier Fall. Das ist genial. Ja wir wissen, dass ihr live auf YouTube seid. Oh. Ich hab's fast geschafft. Aber auch immer nur fast hier. Ich hab's geschafft. Ich jetzt auch. Nein. Ich wollte noch nicht ganz schön. Shit. Ja wir sind live YouTube-Party. Ja. Du kannst aufhören uns zu schreiben. Das wir leisten. Äh. Hat es geschafft. Oh. Zweite Map geschafft. Oh man. Jetzt fand ich gerade die dritte und schon ist vorbei. Ich war kurz vorm Wasser und in der zweiten Map. Und ich bin noch im Wasser und der dritten. Yay. Tschüss. 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 ich kann mir eigentlich schon mal abschminken, außer die anderen fehlen auch so häufig Dritter! Wohl kaum, wollte ich gerade sagen Hallöchen! Ich bin nicht einmal in Glückgespräch geworden, dafür war ich alles zu langsamer Ich bin glaube ich dreimal, dafür... Cool, ging das anscheinend alles zu schnell Oh, zwei Zwei, naja Zwei und eins Feld? Ach hallo, ich bin ja auf dem gleichen Feld, bumm Ja, macht so Sinn Über Chaos, Fabi hat mehr gewickelt als ich Doppelt so viel Elitarend Schon wieder sechs Nein, eins Und schon wieder Elitarend Elitarend Oh Gott Ich war etwas besser als erster Platz Vielleicht... Aktiviere ich jetzt auch mal die Elite Vielleicht schon einmal an Weißt du, was es dir geben müsste? Also... Musik werden reingespielt Und nicht hängen bleiben Ich hab die Ringe überhaupt nicht erkannt Wirklich Einfach so, ne? Nein, ich war kurz davor Ich hatte gehofft, besser zu werden Als letztes Mal und bin schlechter geworden Vierter Platz Nein Crashfire Weitgequoted oder so Nur drei gewürfelt Eins Eins Ich müsste jetzt eigentlich... Ich hab sogar Coolgirl ne sechs gewürfelt Ich müsste jetzt als Hintergrundmusik eigentlich mal hier... In der Grundton den Livestream anmachen Von dem... Nein Das ist doof Was stieh das? Was stieh das? Was stieh das? Was stieh das? Oh Gott Es hält Elf Und der erste ist der sechs jetzt lasst Also ein Mini-Spiel gut ist Das werden wir definitiv daran sehen können Was äh... Coolgirl dazu zu sagen kann Och ne, mach doch Darauf hast du wohl keine Lust Und Chaos Barbie auch Oh Mist Warum sind die Wolken bei mir noch an? Nein Egal, fast schon Fast schon Ich bin eben schießen gar nicht mal so gut Meine Güte, warum bin ich grad so schlecht? Ich bin halt auch total Ich mein, ich treff's ja auch immer mehr oder weniger Aber halt immer nur so diese... Wenig Punkte, weil ich halt irgendwie die einfache sind Ich sag's dir, PvP ist nix für mich Warum spiel ich überhaupt nicht mal eine Cooperation mit dir? Weil du Lust hattest Persönlicher Rekord, toll Ich hab einfach einen persönlichen Rekord aufgestellt mit neun Was so toll ist das für ein schrecklicher Rekord So mit 21, aber siebter... Naja Du hattest 21? Ja Was hab ich falsch gemacht? Du hattest nur neun? Das wundert mich eher Was? Also mich wundert eher, dass du nur neun hattest Weil du im Bugschies noch eigentlich gar nicht so schlecht bist Ich hatte wirklich riesen Pech oder war extrem scheiß egal? Oh Gott, der erste ist schon doppelt so weit Bei mir eigentlich gar nicht Ah, wenigstens ist eine Map, die ich kenne Besser als letztes Mal halt Komm, geht weg hier alle Die Map nicht könnte Ich bin direkt runtergefallen, das wird nix Ich bleib grad überall hängen, aber runterfallen ist natürlich noch Ich bin auch runtergefallen Ah Heute ist kein guter Tag für Minecraft Party Zimmer Für dich nicht, ne? Höh Na, für mich nicht Na, für mich jetzt auch grad aktuell nicht Ich bin jetzt zweimal runtergefallen Einmal hängen geblieben Ja, bei mir ist es genau so Mit FieberTV hat's geschafft Ach, ich bin... Ach, es gibt zwei FieberTVs Was ist das Basti? Wir sind halt... Wahrscheinlich im gemeinsamen Kanal So nahe, denke ich mal an Drei Hackser Oh Gott, das wird noch eine schlechtere Runde als letztes Mal, glaube ich Ja, vor allem für mich Hacker Lacht sich von einer Hörer, aber klar Boah, ich bin sogar vor dir Ach du meine Güte Du bist was? WULBLACK Ich bin sogar vor dir Ach du meine Güte Okay Naja Ich könnte ja auch Also so... Alle schreiben dir ja, ich mag's nicht Ja Sehen wir mal wie das jetzt wird Äh, hier Gott Und jetzt schon so Mir gefällt die neuen Farben Mir gefällt die neuen Farben Von den... Von den... Von 1 und 12 Microphones Wo bin ich... Raskant hier Boah, bin ich... Was bist du? Ich bin sehr riskant... Unterwegs Raskant verstanden Wow Ein bisschen Glück dabei, aber... Das wird mir auch nicht mehr lang helfen Oh Das wird mir auch nicht mehr lang helfen, glaube ich Das wird mir auch nicht mehr lang helfen Nein Ach Weg Weg Jetzt hört, wie du bist... Achso, wir sind auch schon Ne, da bist du hier Oh, was war das denn? Nein, was war das? Aber du bist mit Erster Ich bin Erster Ich bin Dritter Cool, hätte ich nicht gedacht Ich bin mit... Ja, weil alles... Weil irgendwie... Beim Letzten alle raus sind Das ist halt genau andersrum wie bei Reise nach Jerusalem Hier kannst du noch Dritter werden, wenn du früh raus bist 3 und 5 ist jetzt nicht, was ich immer erhofft habe Ich hatte 2 und 5 Soll ich mich weiterhin verfolgen? Wir sind live auf Youtube TrivaTV Echt? Wir haben... Wir haben schon gewonnen Gt Na gut Eine... ein wenig kürzere Folge diese Woche, aber... macht ja nichts Von daher Und noch einen schönen Leistung Ja Ich hab die Wann schon draußen Ich hab 3 Kristall später halten, cool Was mach ich jetzt damit? Ähm... Ja Keine Ahnung Wir hoffen es hat ausge... Ich bin hier ja nun mal... Ich bin hier mal Party also Hat's dir gefallen? Was? Hat's dir gefallen? Mehr oder weniger... Also... Klar... Das Spiel war super... Ich war nur scheiße Achja Dabei hab ich diesmal sogar... Ganz annehmbar gewürfelt Nur hätte ich mehr gewonnen... Wäre ich vielleicht sogar weiter vorne gelandet am Ende Ohne kürzere Map meine ich, ne? Ja war's aber... Dass ich bei Elite Rennen nicht mal dritter wurde... Hat mir wirklich ein Stich interessiert TigerTV Basti Wollen wir Party? Und dann... Gut, dann genau sehen wir uns... bald wieder bei irgendwas anderem Oder vom Gleichen Man weiß es nicht Tschüss Dann bis dann Ciao Bis dann!